In dieser Bundesregierung ist der ordnungspolitische Kompass verloren gegangen. In der Rente, die doppelte Haltelinie, führt dazu, dass massive Haushaltsrisiken auf künftige Generationen zukommen, dass der Steuerzahler belastet wird. Erhard hätte dagegen gesagt, da bin ich mir sicher, die Menschen brauchen Freiräume, um selber vorsorgen zu können, eigenverantwortlich. Von Ihnen, Herr Minister Altmaier, hört man in dieser Debatte allerdings nichts.